Ja mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge hatten wir den Masterplan schlechthin. Es war eine Banditenanführerin, die in einer Zelle war und die sollten wir befreien. Also haben wir erstmal zugestimmt, währenddessen die Wachen uns dafür erstmal gehasst haben. Dann haben wir ihr geholfen, dann hat sie uns EP und Geld gegeben, dann haben wir sie getötet, dann sind wir hochgegangen zu den Wachen und haben denen gesagt, hey, alles gut, das war alles mein Plan. Und dann habe ich nochmal was bekommen, also perfekt, das war alles gut durchdacht, außer dass wir eine Quest verloren haben. Hat mich ein bisschen geärgert, aber was soll's passiert. So, und heute geht's weiter. Uff, erfolgreich. Erfahrungen gesammelt, Geld gesammelt, das mit den Zigaretten tut mir leid. Oh, das war der Hintereingang. Oh, ich hätte quasi eine Sneaky Mission draus machen können und ihre Chefin rausholen können. Ich verstehe, ich verstehe. Wo kann ich denn hier noch hinlaufen? Ventilationsschacht im versteckten Labor entdeckt. Ein versteckter Eingang ins versteckte Labor? Oder kann ich hier alle betäuben, quasi? Muss irgendwie einen Grund haben, hier zu sein. Dann kann ich hier die Luft abdrehen. Und dann sterben sie alle. Da, gucken wir mal. Oh. Wo kann ich denn hier hin? Wieso gibt's drei Wege da rein? Wieso bin ich jetzt überladen? Ich bin doch gerade noch gelaufen. Ich dreh durch. Ich bin immer nur überladen. Oh, ich hab's nur... Ich hab's dem Schrott hinzugefügt. Oh mein Gott. Na ja gut, wir können jetzt laufen. Wir müssen zurück in die Stadt. So oder so. Und dann verkaufe ich da den ganzen Scheiß. Und dann gucke ich mal, dass wir irgendwie... Wir müssen ja eh vom Planeten jetzt runter. Da können wir auch alles einlagern, was wir nicht brauchen. Da haben wir eigentlich jetzt bei den Maschinen drin, um uns zu rächen. Ja, da waren wir. Da war das Gebäude hier. Ich erinnere mich. Ah, nur eine Schlange. Alles gut. Du bist aber kein Schlange. Du bist ein Anführer. Loll. Der hat's nicht mal bemerkt. Jetzt hast du's bemerkt. Tausend fucking Schaden. Ah, sieh mal einer kock. Ich kann nicht unterscheiden, welche Pistole weg ist. Okay, das ist die, die ich brauche. Ach, Roboter sind so einfache Gegner. Aber ich kann euch wieder mal nicht einsammeln, ne? Jetzt bin ich überladen. Ich tue es jetzt einfach trotzdem mal. Ich brauche diesen Rüstungs-Mod, damit ich mehr tragen kann. Ich muss irgendwie mal die Läden abklappern. Hallo. Ich will Dinge verkaufen. Annie Cleo macht die beste Pharmaceuticals in Halcyon. Okay, verkaufen. 96 Euro prozent. Rabatt könnte ich kriegen. Er hat laugen Sturmgewehr. Das ist ja das, was wir haben, ne? Woll. Hey, ihr hättet sich auch umsonst kriegen können. Wenn wir bei den Dicken da hinten gewesen wären. Cleo macht die beste Pharmaceuticals in Halcyon. Tja, hörte ja. Kann ja keiner riechen, ne? Hauptsache, wir sind gut durchgekommen. Das ist das Wichtigste gewesen. Ja, hier muss gleich ein bisschen was loswerden. Ah, ich habe 70 von denen. Das ist 7 Gewicht. Das ist gar nicht wenig, ne? Wenn wir den Nahkampf vorziehen, nein. Das sah aus, als wäre die Zigarette von ihm in der Luft hängen geblieben. Okay, Zeit, Quests abzugeben. Oh, es ist du. Ich sehe dich auch gerne. Lügen, die Banditen sind mit den Forschungsunterlagen entkommen. Oh, nö, ich will ja mein Geld haben. Oh, ich habe deine Forschungsunterlagen, aber ich werde sie behalten. Du kannst nicht die Magnitude dieser Entscheidung verstehen. Auntie Cleo wird meine Kopf haben. Lass mich hier sein. Es gibt nichts, was hier zu tun ist. Oh, gesenkt. Das ist mir scheißegal. Ich habe Jameson gefunden, aber er war bereits tot. Das ist ein Schade. Aber ich habe größere Dinge, die zu beschäftigen. Dankeschön zu dir. Jetzt bitte, lasse mich allein. In der Patsche gescheitert? Ah, ist das bitter. Obst du die anderen Quests nicht? Ich weiß nicht, oder so. Mir war halt danach, die Sachen zu behalten. Any news? On that thing we spoke about? You know, that thing. Ich hätte zuvor noch eine Frage. Arbeitest du in den Laboren? Was macht dein Konzern denn hier? Rosé sieht ziemlich heruntergekommen aus. Weißt du, was wirklich ist? Nichts Interessantes, wofür ich reden möchte. Ja, hier. Don't keep me in suspense. Did you get my stuff? I mean, not mine. This is for other parties. Fires. Mmh. Ja, hier. Nein, natürlich nicht. Dankeschön. Willst du mich wieder sein, nachdem das alles vorbei ist? Vielleicht haben wir noch mehr. Glückwunsch, mit dir zu tun. Ja, Baby. Ja. Auch ein paar Punkte reinsetzen. Aber ich glaube, ich setze ein paar Dinge in Dialog rein. Das hat mir schon ziemlich viel verdorben. So, sehr schön. Du hast verloren, Raptidon Moschus. Wenn wir sich an irgendeine Frau ranmachen, wahrscheinlich, oder so. Das ist so Notsignal. Ach so, wir müssen zu Gladys zurück, ja? Oh, cool. War da nicht noch mehr? Ich hoffe, ich habe jetzt bei der Auftraggeberin nicht verkackt. Die sollte doch hierher wegen dem Pass. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht nachgedacht. Also, das wird schon passen, Freunde. Das wird schon passen. Keine Sorge. Ja, der ganze Scheiß wiegt hier so viel. Außerdem haben wir noch eine legendäre Waffe, die ich weglegen muss. Und die auch. So, ich habe ein bisschen was mitgenommen. Trinken und so weiter und so fort. Und der Rest wird eigentlich nicht gebraucht. So, dann werde ich jetzt einmal ganz kurz noch schlafen gehen. Dann werden wir noch trinken und essen. Boah, ich habe mir eigentlich Energy eingepackt zum Trinken, ne? Gut, das ist keine Energy gewesen irgendwie. Na, schlafen wir mal. Sechs Stunden dürften reichen. Ja, siehste mal. Dann trinken wir noch was. Dann essen wir noch was. 170 kann ich jetzt tragen. Körperattribute plus 1. Ah, okay, das erklärt einiges. So, ich sollte mit ihr reden, ne? Oder? Nein. Achso, mit Lattice sollte ich reden. Auf der Groundbreaker. Rein theoretisch habe ich denen geholfen. Auch wenn ich dem einen seine Unterlagen weggenommen habe. So, da bin ich wieder. Wenn du hier bist, für dieses week's Magazinclub-Meeting, dann bist du ein bisschen zu früh. Äh, ich bin dem Notruf von Roseway nachgegangen. Was ist das? Sprich jetzt. Was ist das? Ich habe eine Formel für Wexplende. Okay. Ich habe diese tolle Zahnpasta-Formel gefunden. Bitte sehr. Ich habe einige Forschungsunterlagen über Reptile und Mushos gefunden, aber ich habe schon einen Käufer. Ich habe Pläne für eine Protowaffe von Force gefunden, sie aber wieder verloren. Böse deine schlappenden kleinen Fingern. Ist das nicht nur ein Schade? Prototypen-Schematik gehen um ein paar Beispiele hierher. Hm. Ich habe diese tolle Zahnpasta-Formel gefunden. Diese Kooperationen, ich sage dir, Once they get an idea into their big dense heads, there's no getting it out again. Can't imagine how I'll offload this. But waste not want not, I suppose. Well, 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 aren't you clever? Thank you, dearie. I might just follow up on that. Ich habe einige Forschungsunterlagen über Reptile und Mushos gefunden, aber ich habe schon einen Käufer. A shame you didn't visit old Gladys first. That would have fetched a good price. I may have thrown in a patch of my famous sugarcookies just to sweeten the deal. Bedammt. If Anti-Cleos exporten Wraps from Monarch, golly me, someone's going to be in the soup when they get caught. Herr Schade, ich hätte alles ihr geben können, ne? Das wusste ich nicht. Are you positive? Honest to goodness? Can't say I wasn't hoping for more, but I suppose it can't be helped. Law bless you for doing the legwork, sweetie. Don't forget your friend Gladys now. You can come visit anytime. Also wenn ich mal wieder was finde, komme ich also zu ihr. I found a handsome ceramic Manipillar at a salvage auction last week. Schön für dich. Hast du was Legendäres oder so? Nö. Nichts hast du. Nö, nö. Nö, nichts. Na gut. Was soll ich denn noch bei ihr? Es ist fast Zeit für heute's Episode des Chairman's Children. Geht ihr mit mir zu hören? Nochmal zu deiner hart erarbeiteten Weisheit? Straight to the point, eh? Alright then, on you go. Äh, du hast gemeint, die Groundbreaker, äh, dass die Groundbreaker nicht die Kontrolle des Vorstands untersteht. Was machst du hier? Warum hat der, äh, ja, warum hat der Vorstand die Navigationsschlüssel für Stellar Bay eingezogen? Ask the common folk und sie werden dir sagen, dass es aufgrund der Monster auf Monarch ist bereit, zu schützen. Because that's what the board tells them you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony and they're trying to hide the evidence. Wie kommst du da drauf? Those board folk are real prideful like. Never want you looking behind the curtain, lest you see their derrieres. But old Gladys knows the score. The whole colony is not much more than a diorama, showcasing one board's screw-up after another. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. She's our mess. Sind da noch Leute? Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Some man hooting and hollering about the light in us all. He claims he's transmitting from Monarch. But who knows if that's true. Might be true. Might be some new trick from the board. Anytime, sweetheart. That's also irgendein religiöser Furzeher. Oh. I was just sitting down for tea. Die Oma, alter. Yes, dear. Which offer were you interested? Wie will ich sie dafür noch mal haben? Ich will keine 10.000 Bits bezahlen. Ich will keinen Scheiß bezahlen. Ich gehe dann lieber durch die Hölle und klaue dir deine Kekse. Das ist tolles Zeug für mich. Ich finde es lustig, dass es das dann verschiedene Farben gibt. Du handelst doch auch, ne? Still getting acquainted? Kannst du falsch gehen, wenn du zu der Promenade steigst. Warte mal. Ich habe eine Sache vergessen. Kam der Auftrag nicht eigentlich von ihr? Und Supply? Nee, die meinte nur, ich soll mich an die Troller wenden. Okay. Die radiofreies Monarch. Bring die Wissenschaft zur für der Groundbreaker an dich. Und die hat die Troller? Habe ich aber nicht gesehen. Ah, jetzt komm mal. Ich will einfach nur handeln, okay? Ein leichtes MG, Spitzhacke. Der hat die Waffe nicht. Du kannst jetzt die zugangsbeschränkten Waffen kaufen. Die sind wirklich tolle Waffen, die du hast. Ich habe 10.000 Bits. Den haben wir nicht. Ich drücke immer die falsche Taste, ne? So, äh. Finde Captain Irons, äh. Sprech mit Dr. Wanda Dossett auf der Krankenstation. Das habe ich gemacht. Äh. Dr. Dossett meinte, dass ich Captain Irion vermutlich irgendwo auf Skilla befände. Suche ihn und stelle sicher, dass es ihm gut geht. Was soll das? Das ist das. Bring vieles Wissenschaftsverfahren durch den Protokollen auf Harfront. Okay. Wir gucken erst mal da oben, weil Finis, da werden wir schon landen. Die Protokolle auf Harfronts Terminal erwähnten Gerüchte von der Groundbreaker über einen Wissenschaftler, der damit geprahlt hat, eine mächtige Waffe zu erforschen. Vielleicht findet sich auf der Station weitere Hinweise. Ein weiteres Protokoll von Harfront erwähnte Gladys Laden bei seiner Suche nach alten Aufzeichnungen. Anscheinend hat der Schmuggler dort öfters eine heiße Spur gefunden. Aber sie sagt doch gar nichts. Gratis. Ich war nur für Teile. Was machst du hier? Du hast gemeint, dass die Groundbreaker nicht der Kontrolle des Vorstands untersteht. Wer ist Miss Jun-Lei? Chief Jun-Lei Tennyson. Es war schon, dass sie Chief Engineer bevor sie ihre Mutter passierte und sie den Helm nahm. Sie ist kalt tief in der Schmuggler und hat mit dem Bord und sie ist kalt tief in der Schmuggler. Gehe sofort, Schmuggler. Any time, Schmuggler. Ich bekomme hier keine Hinweise. Gar nichts. Ich könnte sie beklauen. Das ist wahrscheinlich hier der Tresorvieh hier. Meint ihr, das sieht irgendjemand, wenn ich das knacke? Warte mal. Ich habe eine Idee. Pass auf. Wir gehen mal zur Unreliable zurück. Weißt du, wo sind denn die Gegner? Ey. Also wahrscheinlich die da oben, ne? Na gut, ich lauf kurz zurück, speichere ab und dann komme ich wieder. Und dann kriege ich da jemand aufs Maul. Ey, ich erschieße sie alle. Und dann gucke ich, was sie bei sich haben. Und dann knacke ich den Tresor. Und wenn ich irgendwas finde, was mich weiterbringt, dann haben wir eine Aufgabe. Und wir haben Level Up. Wir können unsere Waffen wieder verbessern, ne? Aber ich weiß nicht, ich will es gar nicht übertreiben mit den Waffen, muss ich ehrlich sagen. Huh? Oh, ich bin alert und wachsend. Nicht zu worryten. Ich nehme unsere Sicherheit. Es kann jederzeit sein, dass wir eine bessere Waffe finden. Versteht ihr? Oder will ich es nicht vermasseln? Also ich will nicht mein Geld umsonst ausgeben. So eine Scheiße. Das muss wirklich nicht sein. Slime and Shine, die Tufpaste. Ach, das ist die Zahnpasta. Die ich blind mache, wahrscheinlich. Ne, das ist der reguläre Zahnpaste momentan. Wen habe ich denn mitgenommen? Ach, scheiß drauf. Wenn du jetzt stirbst, ist mir das egal. Das ist sowieso ein Testlauf. Vielleicht kannst du mir sogar helfen. Wo bin ich denn hier reingeraten? Was ist denn, wenn ich dich einfach mal schieße? Hat jemand gemerkt? Okay, alles klar. Dann würde es Zeit, dass wir hier mal ein bisschen aufräumen, Leute. Ich komme klar. Oh Gott, jetzt kommen sie alle. Sei meine Zielscheibe. Toll. Das war meine Kamerade. Ich habe sie erschossen. Ich habe eine gute Rüstung, ihr Schweine. Ihr könnt mir nichts. Läuft sie mir einfach in den Weg, weißt du? Okay. Das lief hier ganz gut. Sie ist weg. Spacer. Du hast gar nichts dabei gehabt. Belle. Was tut, die Oma? Kannst du dich mal ein bisschen drehen? Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube das nicht, dass das die Oma war. Spacer. Madrid. Madrid's Helm. Martin. Irgendwas ist wahr. Wurfballkarte. Madrid's Helm. Oh. Du siehst gut aus. Ist sie weggelaufen? Wo ist das? Wo ist das? Ja, gut, aber so tolle Sachen waren hier jetzt nicht dran. Sie ist weg. Das ist ärgerlich. Sie ist verschwunden. Ich werde sie finden. Was ist das, Shiva? Wir machen hier einfach mal so ein Gemetzel und gucken, was passiert. Wegen hier irgendwelchen guten Sachen? Komm, leg dich hin, Shiva. Leg dich einfach hin. Entspann dich. Ja, du willst gestreichelt werden. Ist ja gut. So, jetzt bin ich auch noch gehandicap. Die Katze liegt auf mir drauf. War da vielleicht noch sogar so ein Ding drin? Da fehlt mir ja noch ein. Ach, nö. Hallo, Milo. Wie heftig die Waffe einfach ist, dass ich einfach jeden eiskalt erschießen kann mit einem Schuss. Ui, du siehst da unfreundlich aus. Einfach mal so ein Gemetzel anrichten hier. Komm, weg mit euch, weg mit euch. Die Groundbreaker gehört jetzt mir. Dann klicke ich jetzt durch die Gegend und machen wir eine Mission. Und wenn ich bei der Crew beitreten will, der stirbt halt. Ich suche Gladys. Wo ist sie? Wo habt ihr sie versteckt? Wo ist Gladys? Oh, du solltest lieber nicht rumschreien. Ich höre dich. Wo ist Gladys? Ich will euch eigentlich gar nicht erschießen. Außer dächtig wollte ich erschießen. Weißt du, es kommt doch keiner, der mich aufhalten will. Was ist denn das für ein Schiff? Weißt du, jeder kann hier einfach landen. Darf mit seiner Waffe rumlaufen. Und keine Sau interessiert es, wenn hier einfach jemand weggeschossen wird. Da. Könnt sich nicht mal wehren. Guckt ihr euch an, die können sich nicht wehren. Da habe ich aus Versehen Kopf getroffen. Oh, das war der Chef, ne? Gucken, was der so dabei hat. Zumindest einer, der mit seinen Leuten kämpft. Was willst du denn? Die können mir nicht, die können mir nicht mal was anhaben, weil ich mich ständig auflade, wenn ich einen kille. Dafür spiele ich auf ultra hart. So, was hast du denn dabei gehabt? Unum Bedfords Code. Aufzugsschlüsselkarte. Oh, gucken wir mal, was da oben sich befindet. Wahrscheinlich haben wir gleich das Spiel durchgespielt. Leute, lauf doch weg. Ich will das doch gar nicht. Wollte eigentlich nur Gladys, aber ich habe sie einfach nicht gefunden. Einfach mal gucken, was sich hier überall befindet. Hier kann man nichts finden, geil. Hä? Achso. Ich will wissen, was hier oben ist. Das wollte ich schon immer. Hier war doch diese Präsidenten-Suite, ne? Ah, ich bin hier oben. Munition, ja geil, super. Nichts ist hier. Hier wird wahrscheinlich irgendwann mal jemand auftauchen, mit dem ich reden kann. Sonst werden sie das hier nicht designt haben. Da ist nur ein Fahrstuhl. Wadezimmer. Ja, gar nichts ist hier. Weißt du was? Ich bin so mutig, ich springe hier sogar runter. Und ich heile mich, indem ich andere töte. Sag mal. Okay, die ist unsterblich. Niemand ist so wirklich unsterblich. Halt die Fresse. Nicht mal, was dabei hat er. Lauf doch weg. Wieso hast du so viel Leben? Ich bin wirklich ein schlechter Arm-Aufläufer. Und ich will das ja nicht mal. Ich wollte nur Gladys töten, aber sie ist abgehauen anscheinend. Oder ich habe sie nicht gefunden beim Gleichenuntersuchen. Ich hatte sie nicht mit Brille an oder so. Wie bin ich denn so mächtig geworden von einem Tag auf dem anderen? Lauf doch dich weg. Jetzt wird hier der Boss nochmal. Kleingehackt. Wo ist der Boss jetzt hin? Oh. Oh. Vergibst du dich? Ich habe siebenprozentige Chance, dass jemand sich hinkauert. Oh. Alte Zugang zu Stellar Bay. Ich finde eine alte, die wo... Oh, okay. Wir können also mit dir reden nochmal wegen Stellar Bay. Ja, so viel dazu. Super, jetzt kann ich nicht mehr runterspringen oder was? Doch, es geht. Ich tue mir Leitschieber, aber ich muss das tun. Ja, cool. Jetzt kann man sich hier bedienen, ne? Mal überall reingucken. Du bist nicht Gladys. Und das auch noch neben der Toilette. Ich glaube, dass hier mal Gladys, ne? Ich glaube schon. Aber sie hat ja nichts dabei. Meine Kekse. Ja, kleine Chieber. Liegst auf meinem Schuss und legst meinen Arm ab, ne? Na gut, das war jetzt, äh... Ziemlich ernüchternd, dass ich so stark geworden bin. Und jetzt auf gleich. Ich brauche eine schallgelämpfte Waffe, nur um die die Viecher zu erschießen. Wenn Roboter erschießen ist ja okay. Oh, nette Waffe, die du hast. So, alle gegen dich, komm. Zeigt, was ihr drauf habt. Tut mir leid, ich brauche mein Leben zurück. Der wollte gerade seine Waffe aufladen. Ich schiebe, das tut langsam weh, wenn du meinen Arm weiter ablägst. Wie soll man sich denn so konzentrieren? Gehen wir mein Leben zurück. Die wehren sich auch nicht mal wirklich. Ja, keine Sorge, ich lasse euch in Ruhe. Gut, der hatte Pech gehabt. Ja, soviel zu dem Thema. Haben sie jetzt einfach alle erschossen. Okay, Leute, das war mein Armorglauf. Äh, recht unspektakulär, weil sich irgendwie... Kaum jemand richtig gewehrt hat. Oder vielleicht, weil ich zu stark geworden bin. Ich weiß es nicht. Offensichtlich kann ich hier jeden da schießen, den ich will. Ohne große Konsequenzen. Die lernen zielen, Mädel. Lol, die bewegt sich genau dann. Na gut, ich würde sagen, wir laden mal. Wir haben bei Gladys nichts gefunden. Manchmal muss man auch mal seine Wut rauslassen können. Und das haben wir heute gemacht. Ich mein, das ist doch mal nicht verkehrt, einfach zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich Amok laufe? Ja, nicht viel. Jetzt sterben viele Leute. Passiert. Jetzt weiß ich Bescheid. Wir sehen uns in der nächsten normalen Folge wieder. Ciao. Ciao.